Musik Lasst die Spiele beginnen! Ab sofort ist es möglich, E-Sport-Geburtstage im Volksparkstadion zu buchen. Trommelt eure Freunde zusammen und feiert euren Geburtstag in unvergleichlicher Kulisse. Mit Blick in das Stadion spielt ihr zunächst die Gruppenphase eines FIFA-Turniers. Danach geht es auf eine Stadionführung, bei der ihr den Volkspark aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernt und am Ende selbst eure Qualitäten am Ball zeigen könnt. Happy Birthday, lieber Robin! Happy Birthday to you! Yeah! Das Mädchen-Groß, haben wir erzählt, dass man ein Mädchen mitbruchst hat. Ich wünsche dir ein gutes Spiel, Weston! Good luck, man! Du bist blau, ich bin weiß, ne? Ja! 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 Ja!